sondern einfach so schön bleibt wie er eigentlich neu ist diese logik und dann wieder das falsche holz und der hd hier hat sich von alleine wieder mal gesetzt so die schmerz ich mal raus nehmen wir das und dann bekommen wir den 64er stack die hier weg so und es wird gerade wieder nacht das heißt dass wir unser bett entfalten so guten morgen dann mache ich hier mal frisch wieder weiter so das ist doch toll hier die hälfte haben jetzt schon gemacht die hälfte des bodens und ich höre immer noch dieser blöde spinne ich glaube die wände mache ich aus mossy nein nicht dass muss ich koppelstern sondern einfach aus koppelstern falsches holz was solltest du nähst mich einfach langsam dann hier ist ja was das hier so 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 tschüss ich habe keine verwendung für dich hier kommt nur schönes fichtenholz rein das hier falls ich es noch nicht bemerkt habe es es gibt mir automatisch wenn ich ein stack auf gebraucht habe auf gebraucht habe von diesem holz gibt es mir automatisch den nächsten stack das liegt daran da ich den inventory tweaks mod installiert habe den werde ich euch natürlich zu den anderen mods auch gerade in die beschreibung tun und ja das ist auch sehr nützlich also was ich euch noch sagen wollte ich bin gerade noch am sachen ausprobieren und neue programme brauchen falls ihr es noch nicht bemerkt haben es sollte die tonqualität jetzt besser sein ich habe jetzt mir noch ein programm zugelegt mit dem ich die audioqualität verbessern kann und wir haben unseren boden fertig das wissen wir nicht hier noch abbauen so bist du auch hier so haben wir schon mal unsere base hier und dann kann ich hier gerade mal so ein crafting table hinstellen und mir zwei kisten machen so das hier rein 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 oft Taman viel lebens vieles das hierse auch das tief carried ich ja und dann sortieren Okay, dann, sag ich mal, gehen wir in den Untergrund. So. Jetzt, ich sollte mal das Bett hier hinpflanzen und weiter nach unten machen, graben natürlich. So, 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 so. Pam, hat es jetzt hier keinen Block? So, besser. Ups, hier muss ich nochmal aufmachen. So, so, nein, nicht so. Was ist denn wieder los? So, so sollte das gehen. Und dann, ja, den wieder rein. Natürlich so, so, so. Oh, hier habe ich noch vergessen, einen runterzumachen. So. So sollte es funktionieren. Und hier hat es mir, ah, so, wegen dem. So, 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 so sollte es gehen. Okay. Okay. Ich komme runter. Mhm. Ja, es reicht gerade. Ja, einen Ofen. Der Ofen kommt hier hin. Holz einmal, zweimal. Okay, dann gehen wir hier mal weiter. So und so. Hallo. Ich glaube, ich gehe dort noch nicht runter. So, 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 hinauf. Und dann holen wir uns mal die erste Kohle. Äh, vier, eins, zwei, ja, so. 24, das ist gut. Dann leuchten wir hier mal die, äh, hier mal alles aus. Jetzt wollte ich schon wieder ein Fluchwort sagen. So, alles ausleuchten. Ja, so sollte es genug beleuchtet sein. Hier noch eine Fackel hin. Hier noch eine. Seht ihr? Das ist der Dynamic Lightning Mod. Vorher war es nicht so dunkel dort unten. Jetzt, wenn ich näher komme, dann wird es heller. So. Schwert. Hier ist dort hinten noch niemand. Dort auch eine Fackel hin. Okay. Okay, ich komme der Spinne immer näher. Okay, so. Haben wir schon alle, alle verbraucht hier. Dann nehme ich hier mal weiter Kohle mit. So, sie auch. So ist doch gut. Ich höre die ganze Zeit jemanden herumlaufen. Ich möchte mal ausleuchten. Ja, ich habe gar nichts mehr. Hm, doch habe ich noch. hier hat es so ich sage viel zu viele male so das können wir noch nicht mitnehmen aber das hier wird das nacht okay es wird nacht dann gehen wir mal auf ich habe recht dann gehen wir wieder mal schlafen nacht guten morgen so dann machen wir hier mal unten weiter dass der stein okay jetzt ist fast wieder vergessen hier eine steinspitze zu machen damit wir die das eisen wegnehmen können so ich habe schon wieder so gesagt und dann hier noch erde hin erde experienze bekommen so dann nach hinten hier mal weiter schon level 6 wie das schnell geht so so dann mal die steinspitze so das eisen mitnehmen so 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 und ich höre einen zombie okay hier ist niemand so 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 Untertitelung des ZDF, 2020